Die flexible Lehne besteht aus einem patentierten, innovativen Material, das FDA-zertifiziert, nicht toxisch und extrem stützend ist. Durch die Beständigkeit des Materials behält die Lehne auch nach langer Benutzung stets ihre Form und Stabilität. Der Sitzende kann seine Arme ablegen und bleibt in jeder Position angenehm gestützt. Die Lehne besteht aus 100% recycelbarem und leichtem Material und ist umweltverträglich. Die aus PU-Schaum hergestellte Sitzfläche besteht aus atmungsaktivem Material, welches abriebfest ist. Die dicke Sitzpolsterung gewährleistet Komfort auch im langen Gebrauch. Die leichte Neigung des Sitzes passt sich den Körperformen des Sitzenden an. Die Sitzschale ist leicht, stark und elegant. Sie besteht aus PP und Glasfasern und ist absolut umweltverträglich. Der Hebel für die Gastropfeder befindet sich auf der rechten Seite unter der Sitzfläche. Um ihn zu verwenden, stehen Sie auf und betätigen Sie den Hebel, um den Stuhl nach oben zu fahren. Um ihn nach unten zu verstellen, setzen Sie sich auf den Stuhl und halten Sie den Hebel angezogen, bis Sie eine bequeme Position erreicht haben. Die Höhe des Sitzes kann von 415 bis 525 mm über Bodenhöhe eingestellt werden. Um die Armlehnen vertikal zu verstellen, ziehen und halten Sie den Hebel auf der Außenseite der Lehne und bewegen Sie sie hoch oder runter. Lassen Sie den Hebel in Ihrer bevorzugten Position los. Die Armlehne kann um bis zu 10 cm nach oben verstellt werden. Um die Armlehne horizontal zu verstellen, drücken Sie den Knopf auf der Innenseite der Lehne und bewegen Sie sie, wie gewünscht, zurück oder nach vorne. Die Armlehnen sind haltbar, leicht und schlank. Das erlaubt Ihnen, Ihre Arme frei zu bewegen und unterschiedliche Aufgaben zu bearbeiten. Der uneingeschenkte Platz lässt den Sitzenden frei sprechen, sich mitteilen, kreativ sein oder einfach nur entspannen. Switch verfügt über einen selbstregulierenden Mechanismus, der sich automatisch verschiedenem Körpergewicht und Größen anpasst und eine Handeinstellung des Widerstands überflüssig macht. Kombiniert mit der 100% stützenden Lehne passt sich der Stuhl vollständig den Körperformen des Benutzers an. Switch braucht faktisch nicht manuell eingestellt zu werden. Falls jedoch weitere Anpassungen gewünscht sind, kann man mit dem mitgelieferten Sechskantschraubendreher den Widerstand der Lehne verschiedenen Körpergewichten anpassen. Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn verstärkt den Widerstand, eine Drehung im Uhrzeigersinn verringert ihn. Der Hebel für die Lehne befindet sich links unter dem Sitz. Lehnen Sie sich einfach aus der aufrechten Position zurück, bis Sie Ihre bevorzugte Position gefunden haben und stellen Sie den Hebel nach oben, um die Lehne festzustellen. Um zur aufrechten Standardeinstellung zurückzukommen, drücken Sie den Hebel nach unten und Switch wird Ihnen in einer aufrechten Sitzhaltung zurückhelfen. Switch verfügt über vier verschiedene Winkel zum Zurücklehnen. Diese können benutzt werden, um zu arbeiten, zu denken und wenn Sie sie mit den höhenverstellbaren Armlehnen kombinieren, kann der Benutzer auch eine sehr bequeme Lesehaltung einnehmen. Durch unsere revolutionären Produktionstechniken, durch die das einzigartige stromlinienförmige Design erst möglich wurde, ist die Lehne von Switch außergewöhnlich schmal und doch sehr stabil. Um die Sitzfläche zu verstellen, ziehen Sie den kurzen Hebel nach oben und schieben Sie den Sitz nach vorne oder hinten, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Diese brillante Funktion erlaubt es Switch, sich verschiedensten Körperformen anzupassen und gewährleistet eine absolut natürliche Position, die sich Ihrer Art zu arbeiten anpasst. Switch vereinigt Ästhetik und Struktur, indem er mühelos ergonomisches Design und Stärke ausbalanciert. Durch seine Bequemlichkeit und Funktionalität stützt er den Sitzenden und schenkt ihm eine Erfahrung, die absolut natürlich, intuitiv und harmonisch ist. Sie können spielerisch aus einer breiten Auswahl an Farben wählen und leuchtende Farben mit der minimalistischen schwarzen oder weißen Sitzschale kombinieren, um Farbe und Spaß in jedes Meeting und jeden Arbeitsplatz zu bringen.